Ich habe die Beziehung zu dir. Der Universal-Job ist einer der grössten Stellenvermittler der Schweiz. Das heisst, man sucht für gute Leute einen passenden Job oder man versucht für Firmen die richtigen Leute zu suchen. Ich bin als Personalberater ein kleiner Unternehmer im Unternehmen und habe eigentlich sehr viel Verantwortung und geniesse sehr viel Freiheit. Mein Alltag ist sehr verschieden. Meine Tätigkeiten sind Kandidaten- und Kundengespräche zu machen. Ich habe einen Kundenanliegen, dann hast du Kandidaten, die anliegen. Dann kümmerst du dich darum und gibst das Beste, dass der Kunden zufrieden ist am Schluss wie auch Kandidaten. Die Atmosphärische Universal-Job ist sehr gut. Sie ist sehr familiär. Das familiäre. Das familiäre untereinander ist der, was ich ausmache bei Universal-Job zu arbeiten. Generell ist Spass wichtig bei Universal-Job. Sie sind flexibel. Sie sind sehr humain. Sie sind sehr in der Verständnis und in der Diskussion. Auch intern zusammenarbeiten mit den Filialen, die gerade in der Nähe der Sitz haben, ist sehr gross und es macht auch mega Spass, zusammenzuarbeiten. Es ist wirklich ein Miteinander und es macht einem einfach Freude, wenn man so arbeiten kann. Die Menschen, die zu uns passen, sind vor allem Menschen, die es von jetzt zu denken haben. Leute, die sehr innovativ sind, gerne etwas bewegen. Die humorvoll sind, die gerne austauschen und gerne mit Menschen zu tun haben. Und alles andere, was es braucht für den Job, bringen wir den Mitarbeiter bei. Ich denke, Universal-Job unterstützt, wenn man etwas zum Beispiel im Bereich von HR-Weiterbildung machen will. Und für SMR hat man auch hier immer eine Offensur, wenn man etwas weiter machen will oder gefördert werden will. Wir arbeiten jeden Tag mit viel Leidenschaft und Spass an der Arbeit. Und geben dabei das Beste für unsere Kunden und für unsere Talente. Und wir hätten noch einige freien Plätze. Wir freuen uns auf dich.